Hallo, mein Name ist Ansgar Grafe. Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet und habe vier Kinder. Mein wichtigster Ort der Welt ist meine Familie. Sie sorgt für den nötigen Ausgleich zu meiner Arbeit. Ich bin seit mehr als acht Jahren für die Bausparkasse Schwemisch Hall als Bezirksdirektor tätig. Ich betreue acht Volksbanken im Stadt- und Landkreis Osnabrück, im südlichen Emsland und Lohnemühlen im Kreis Fechtung. Ich verantworte ein Team mit insgesamt 22 Kolleginnen und Kollegen und zwei Auszubildenden. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit meinen Teammitgliedern, aber auch mit meinen Banken macht mir richtig Spaß. Jeder Tag ist neu, jeder Tag ist anders und jeder Tag ist wieder spannend. Ich denke, als Bezirksdirektor ist es meine Hauptaufgabe, dafür zu sorgen, dass meine Teammitglieder beste Voraussetzungen vor Ort vorfinden, dass sie hoch motiviert und mit Spaß bei der Arbeit sind. Denn dann sind sie erfolgreich und das Team ist auch erfolgreich. Dafür ist natürlich notwendig, dass wir einen offenen und vertrauenswahlen Umgang miteinander pflegen und natürlich uns gegenseitig unterstützen.